Hehehe Hehehe Fuck, eigentlich gar keine Nicknacken Boom! Hole in one! Ist klar, völlig unverdient Guck mal, und ich roll da wieder Wieso unverdient? Hallo? Ich roll da Oh man Deines Können, was unverdient, alter Hehehe Ich glaube Kevin hätte verdient, oder was? Ja, der hätte genauso wie ich leiden müssen Wieso leiden? Wirklich Richtig in einen Zug geschafft, oder was? Ja! Sack war gerade drin! Richtiger Winkel, richtige Geschwindigkeit Jajaja, jetzt auf einmal Ich sag ja nicht, dass ich das bewusst richtig gemacht habe, aber ich hab's richtig gemacht Das war kein Wack Das gibt's nicht eh Natürlich Alles möglich Möglich ist alles Boom Gefühl Jungs, mit Gefühl Mann Du bist so unebenherd, wie einer keine Wasserlage bin Hehehe Nein! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Ach komm! Nein! Da war noch so behinderte Musik dazu Ach jetzt ist die Musik auch immer behindert Vorhin war sie noch total entspannt Ja vorher Ja! Mann, mein Schnitt! Der geht voll kaputt Dein Schnitt! Wir sind ja beim zweiten Loch Es gibt noch kein Schnitt Trotz Vielleicht wird das dein Schnitt Ey, warte mal! Wir können doch bestimmt auch unten das machen, oder? Unten hat's doch auch ein Loch Probier's! Ich weiß, was passiert, also Ja, das ist tatsächlich das Richtige Loch Hehehehe Das heißt, das hätte so einfach sein können Ach man Oder auch nicht Gehen über alles zurück Geil! Mhm Schönes Spiel 315 Geil Oh nee Ich hab echt meinen Schnitt voll zersaut Du sagst, es gibt noch keinen Schnitt Boogie! Oh, was ist jetzt runtergefallen? Ach, nur der, der Ding Ist immer noch eine DVD Ach, Bubibärchen Hä? Oh! Geht ja schon weiter Ups! Ach, genau! Mal ein bisschen zu viel Schmackes Man! Line ist ein bisschen zu wenig Was ist jetzt los? Wie voll akzeptiert! Leider Möder legt sich auf Wenn wir scheiß spielen Ja, was geht Jungs! Entspannt euch mal Es ist Minigol Ich glaub, das darfst du mit uns nicht spielen Ich merk's grad auch Da geht's im Prinzip Ich merk's grad auch Ich merk's grad auch, du Das ist irgendwie Es ist egal, was ihr spielt Ist klar, Kevin Was hat der gemacht? Da gibt's umgeguckt Das ist total laut Das hat den Kater grad Ein bisschen erschrecken Nein! Oh Mann Ach, ich bin auch schon gar nicht konzentriert grade Das muss ich auch nicht Jetzt schreie ich nicht auch noch an War zu wenig Also Martin Polo, das Spiel kann ich dir nur empfehlen Oh, wir haben einen Zuschauer Hallo! Ich komm mal 590 auf Steam Early Access ist Ich kürze manchmal ab Aber Nicht schlecht Wieso höre ich mich so viel doppelt wieder? Vielleicht, weil du schon wieder so laut schreist Und man dich deswegen in mein Mikrofon hört, Mister Oh Out of time Schön 33 Punkte nach 4 Löchern Mann ey, ich hab so gut angefangen Aber echt Was? Watt Watt Relativ schwierig so grad, das Level hier Oh ok, das bringt schon mal gar nichts Jawoll Booby Äh Birdy Hahahaha Booby Immer noch Booby äh Birdy Was the hell are you talking about? Ich bin aber richtig in Rage, du. Ihr müsst da richtig drauf hauen. Ja, ich hab zu viel drauf gehauen. Ich bin richtig drauf, nicht an Nei. Nicht an Nei. Annetta Nei. Mama, richtig drauf. Ja, siehst, dann geht's. Oh, das war ein bisschen zu... So. Erlasst euch Zeit. Oh, kein Stress. Oh, come on. Ich hab richtig stark drauf gehauen. Entspann dich doch. Nicht gerade, auch so ein bisschen schräg. Ja, nicht so viel. Mach so stark. Nee, nicht so stark. So drei Viertel in etwa hab ich voll gemacht. Ein bisschen nach links oder rechts, damit's nicht gleich wieder in das Loch reinrollt. Ja! Hast du einmal auf mich gehört? Und tschüss. Oh. Das ist ja schon süß, wie er sich aufregt. Das ist ja noch 14 Sekunden. Ja, läuft. Ja. Rückwärts und bergab, aber läuft. Ja, die Fahne. Wow, what the fuck? Oh, das war zu stark. Oh, das war zu stark. Ich hab's genau gesehen. Boah, ich oder was? Nein, Kevin. Wieder übers Holz gehüpft. Nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Halt, stopp, 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 stopp. Ohhhh. Jetzt hab ich ein Double Boobie. Boogie. Sie hat bald auch ein Double Boobie. Ja, wir haben bald auch Double Boobies, ja. Oh man. Nein, nein. Wo? Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Ich bin wieder nüchtern. Was heißt nüchtern? Ich war nie wirklich betrunken. Okay, vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein bisschen. Ja, ist halt immer so verlockend. Ja. Wenn das Bier ein bisschen größer ausfällt. Ja. Dafür war ich dann empört, als ich im Restaurant ein großes Bier bestellt habe und kein Maß bekommen habe. Was? Na ja. Ein Dreckspiel. Das gibt's gar nicht. Streamt ihr gerade oder spielt ihr nochmal? Beide. Wir streamen. Okay. Ich heute auch mal. Okay. Ähm, ich hab nur kurz ne Frage, Mario. Könnte man vielleicht irgendwo drüber nachdenken, so ein paar CS-Go-Rindames zu verbannen? Ja. Dass das Team nicht immer so voll läuft. So, ja mach halt einfach. Also, ich will sie nicht bannen, aber du weißt, was ich meine. Aber du sollst das nicht sagen. Ja, aber... Nein, das hab ich nicht gesagt, dass ihr alles tun soll. Ja, aber ich ban die einfach. Naja, es gibt ja ein paar Leute, die haben ja schon was mit Hacker irgendwie zu tun und so weiter. Also, hier mit... Mit... Wie heißt der nochmal? Du weißt, wenn ich meine. Aber es gibt auch teilweise hier Gruppen auf dem Server, die kennen die überhaupt nicht. Ja. Und... Das füllt halt in letzter Zeit ziemlich oft. Ja, die kann ich mal rausschmeißen. Ne, musst du nicht. Das kann ich auch machen. Da hab ich Spaß dran. Ja. Ja. Und jetzt du und dann du und dann du. Warte, du auch noch. Ah, dein Name ist scheiße. Weg mit dir. Ja, genau. Ne, das geht gar nicht. Also, wenn das für dich in Ordnung wäre, dann würde ich das mal machen vielleicht. Ja. Ja, mal gucken. Ja, dann würde ich euch gar nicht weiter stören wollen. Alles gut? Ach, du störst nicht. Ich sammle schon wieder richtig Punkte. Mach den LoL oder was macht der? Ne, wir spielen Golf. Was für Golf? Golf with your friends. Ah, ist das langweilig von beiden. Spielt Golf mit? Ja, das gibt's leider nicht für Mac. Das gibt's für Mac nicht, genau. Autsch, okay. Ja. Ich hab's mit der Windows-Partition noch nicht geschissen. Ja, weiter dran. Nein, fast. Ist klar. Jetzt ist auf einmal die Bahn zu Ende. Haha. Vorbei, das Ding ist halt vorbei. Hm. Ich hab's doch gleich. Haha. Ich bin drin. Aber wieso gehst du davon aus, dass ich übertrunken war, Mari? Es war einfach nur so Spaßes habe gefragt. Oh, voll ins Wort. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Hey, also ich hab nur gefragt, wie du nüchtern bist. Ich war mit Freundin und Kind unterwegs. Was denkst du, wie wenn ich wieder die Kette fiel? Ach so. Wo warst du denn? Äh, wir waren in München und äh... Ah. Ich war mit dem Freuhaus, Hard Rock Café und so weiter. Hard Rock Café war schön, aber... Ich war enttäuscht. Ja? Aber es wäre ja... Ja, René wär's ja dabei, wenn wir mal real-life-mini-coilfen. Haha. Why not? Wir können auch Pit-Patt spielen mit einem Pomo. Ja, ohne Mini-coil. Pit-Patt mit einem Kasten Bier und immer noch der... Der als erster am Lockes, der darf ein Bier trinken. Wollte grad sagen, du kannst auch... Wollte grad sagen, du kannst auch Frau und Kind mitbringen, aber... Nein. Das geht schon. Irgendwann muss er auch mal alleine. Naja, wie gesagt, Hard Rock Café war echt enttäuschend. Also es war bis jetzt von denen, die ich gesehen habe, das kleinste. Ja. So. Ich war bis jetzt nur in Berlin. Das ist schon wieder Ewigkeiten her. Äh, in Deutschland war es München das Erste. Und zwar halt so Ausland mehr oder weniger. Hm. Issabon war geil. Oh. Das war über drei Stockwerke und da hing so ein Cadillac von Presley von der Decke runter. Huh, auch schön. Ja, das war sehr schön. Ja, kann man schon mal machen, ne? Ja. Duckel, 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 duckel. Ja, ich bin es so im Spiel, das gibt es gar nicht. Wir müssen mal die Musik dazu anmachen. Hab ich doch. Ja. Der Märchenwald. Ja. Alles schön, Musik. Ja. Also ich lasse euch wieder alleine. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und viel Spaß beim Golfen. Ja. Mann. Ja, ähm, kannst du mir dann irgendwie noch schreiben, wie viele... Oder ich sehe es ja in der Liste, wen du gekickt hast. Ja, das Problem ist, wenn ich gekickt komme, der immer wieder. Das ist ja... Ne, ne, ne. Ich meine, bannen musst du. Ja, ja, schon klar. Ich sehe es ja in der Liste dann. Ähm, ich bin am überlegen, ob ich einfach was anderes machen soll. Äh, und zwar, dass keine Randomgruppen reinkommen, sondern nur halt Leute, die wir kennen. Dass wir irgendwie, äh, die Möglichkeit geben, dass, ähm, die Leute in der Eingangsvarte nicht quatschen können, aber nur Leute mit einem gewissen Rechten, die Eingangsvarte auch verlassen können. Verstehst du? Ey, manche zu viele Leute haben die Adresse nicht. Wenn du die... Oh, aber hallo. Das war's. Das Problem ist, wenn du, wenn du einen hast, irgendwie, der, äh, eine Randomgruppe aufmacht, und dann halt, ähm, ein Spiel sucht in CSGO, dann hast du halt schon fünf neue drin. Und wenn... Ja, aber die Speichern sieht das ja nicht ab. Aber hallo. Ja, ich sehe immer nur die gleichen. Hey, ist ein Teamspeak, da kann man rein, wenn man eine Gruppe sucht, dann feierst du mir das ab. Aber okay. Weißen, von denen sind halt von Tim da. Wie bitte? Weißen, von denen sind halt von Tim da. Ja, aber wie gesagt, ich hab ja schon einige mitbekommen, die eben ohne Tim spielen. Ja, aber das sind nicht viele. Ja, okay. Also mein, meiner nach sind's nicht viele. Deswegen sag ich, ich werde ja nicht sofort den Bannhammer schwingen. Weil das wäre... Also vor allem ist der TS nicht dauerhaft überfüllt. Also gestern war's jetzt halt mal da, wo du mir geschrieben hast, war er halt voll. Weil da war er nicht mal voll, sondern da war noch der eine reservierte Slot, wo ich hab für Admins, war noch frei. Dann hab ich den einfach nur kurz rausgenommen. Dann konnte derjenige joinen und danach waren's eh nur noch 18 von 20. Ja, wie gesagt, mir ist es zwei, dreimal jetzt schon aufgefallen, dass er halt kurz vor voll war. Ja. Und das wäre jetzt halt ein Vorschlag gewesen, um das Problem der Überfüllung, sag ich mal, zu umgehen. Ja, aber dann schmeißt einfach nicht die Gruppe, wo der Hager, Fubu und so weiter mitspielen, sondern diese andere Gruppe, die... Das ist auch der Plan. Also, das werde ich auch nicht machen. Ich hab gestern, weil ich ja keinen Zugriff hatte gestern, hatte ich gemeint, hier unten Larry, die hat ja auch den Status, Da hab ich gesagt, ja, wenn kein Platz ist, dann schmeiß einen raus. Aber auf keinen Fall aus der Gruppe, wo Royale mit drin ist im Gym. Ah, da hätt's aber richtig Stress gegeben, ey. Und da hat sie gesagt, nee, brauch ich nicht mehr, die ist schon da. Hat alles funktioniert. Also, wie gesagt, ich bin raus, ich muss auf 16 achten, ich wünsch einen schönen Abend, ciao, ciao. Ciao, bis dann, ciao, ciao. Boah, das wird richtig spannend, eh. Okay. Irgendwas an der Musik ist so ätzend, das klingt immer so, als ob mein Handy klingeln würde, also der Wecker von meinem Handy. Echt? Irritiert mich total, aber ich hab ja gar keinen Timer gestellt, aber es klingt halt so. Nein! Echt? 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 Das war dieses falsche Eck Warte Boogie Boogie! Oh nein! Ja, Schatz, schlaf weiter. Ist alles gut. Die Mami atmet nur zum Spaß so. Wo ist mir das Loch? Oder hinten? Ach, Jungs. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Nein, das gibt's ja nicht. Das steigert sich da so rein, das ist so süß. Nein! Schatz mir die Eier. Ja! Ah! Da! Ist... Hab's fast geschafft, aber ich glaube, das war falsch. Oh, verdammt, das war falsch. Das gibt's ja nicht. Oh, das wär doch richtig gewesen. Oh man, der war schon drinnen, Arsch. Ja genau! Ist klar, springt der da wieder raus. Kommt Kevin und schiebt meine Kugel weg. Das kann er gar nicht. Das kann er gar nicht. Klar. Nein, wir laufen durcheinander durch. Schau mal, jetzt bin ich wie eine Red Star. Oh man. Wo müssen wir denn da hin? Nach oben wahrscheinlich. Ich glaube, ihr... hier hin. Nein! Das war zu weit. Oh. Ah, das sieht gut aus. Oh! Oh! Das ist eine ziemliche Scheiße. Ja. Ach, kommt nicht. Ganz ab jetzt. Bin drin, denn? Ist klar. Ach, leck mich doch, Alter. Auch... Weil wir kommen ja von hier, und ich hätte schon nach unten gar nicht fallen. Das da ist so ein Regenrohr. Ach so, da. Ah, danke. Oh, ich rolle noch. Kann noch gar nicht... Ist jetzt nicht wahr, oder? Ja doch, du zuckelst halt da hin. Regenrohr ist ja immer schräg. Ich rolle jetzt langsam, beim Spiel, was auf Zeit geht, zum Loch. Ja, vielleicht schaffst du's noch. Ja, und ich bin so... Eine Meile, die... Ja, jetzt hast du noch zwei Schläge, dann ist da drin. Das schaffst du schon 30 Sekunden. Oh! Ja, gut, manche machen das auch in Eins zu. Sorry. Ich glaub, da muss man richtig draufhauen. Das schaffst du noch nicht ganz, wo wir hin sind. Öh. Also hier jedenfalls... Oh doch, hier muss man sogar hin. Aber wie muss man dann weiter... Ah, hier. Und komm schon, komm schon, komm schon. Oh, nee. Ups. Boom, motherfucker! Ist klar! Mit Gefühl! Ich weiß jetzt, wie lang das wieder rollt, he. Sieht sich Kevin freund, da komm ich nicht drauf klar, ne? Macht er mit Absicht. Bestimmt. Nur wegen mir. Der Kater will halt daneben schlafen, weißt du? Dann steht die ganze Zeit auf, guckt ihm böse an. Oh man, jetzt muss ich mich aber echt anstrengen, so beim letzten Loch hier. Hä? Keine Ahnung, wo wir es hin. Danke, Petro. Puck06 fürs Folgen auf Twitch. Ja, wo geht's denn hier hin? I don't know. Was? War das richtig? Ungefähr. Der ist doch noch bei mir im Startpunkt. Ah, Mann! Was? Ah, ich hab's. Noch ein Hit. Ah, geil! Richtiger Bug, weil jetzt seh ich nicht wo die... Ah. Oh, ha! Tatsächlich ist ja geil. Das ist ja cool. Ah, super. Ah, super. Voll schön mit diesen Bagelchen. Komm mal nicht vom Startpunkt weg. Woher kommst du nicht vom Startpunkt weg. Wo kommst du nicht vom Startpunkt weg? Wo kommst du nicht vom Startpunkt weg? Uh. Aber warum denn nicht? Weil Back oder weil du zu doof? Okay, weil du zu doof. Ja, anders geht's ja nicht da rein. Ja doch, einfach durch den Wasserfall durch. Ja, aber ich kenn ja nicht geradeaus durch den Dingsdich. Ja, dann musst du halt in die Mitte spielen und dann von da aus weiter. Ja, vielleicht nicht so aggressiv. Weißt du, wir sind alle da schräg reingekommen. Alle sind schräg. Kevin schafft's wieder nicht. Aber Kevin schafft's wieder nicht. Jetzt zieh ich doch sogar das Loch. Jetzt muss ich halt nur treffen. So oder so ähnlich. Naja, in 20 Sekunden ist das der um. Oh, das wär's ja jetzt gewesen, wenn der jetzt war. Ja. Was hat er dahinter? Ach, come on. Ah, jetzt. Out of time. Oh, es war so knapp. Oh, Schatz, hör auf. Haut er hier auf den Tisch, weißt? Das Level war scheiße. Oh, jetzt hast du ein Spiel verloren, weißt? Das letzte gewonnen und eins verloren. Und jetzt ist die Welt kacke. Also wirklich. Ach so. Dann ist ja gut, wenn's null.